es ist so schön dass du da bist beim podcast stark mit claudia mein name ist claudia kielmann und in diesem podcast geht es um persönlichkeitsentwicklung trennungen resilienz und alles rund um beziehungen beziehungen zu dir selbst und zu anderen personen in dieser folge geht es um franz kafka und seinem zitat wege entstehen dadurch dass man sie geht und dies gepaart mit etwas persönlichkeitsentwicklung lasst dich überraschen kennst du franz kafka eigentlich sicherlich kennt der ein oder andere seinen namen durch den deutsch unterricht denn er ist bekannt dafür dass seine sprache schlicht ist und er alles sehr genau und realistisch beschrieben hat dafür ist seine handlung immer interpretations bedürftig und dieses war definitiv ein kriterium für deutschklausuren mich hat kafka immer interessiert denn sein eigenes leben war wie das seiner werke schlicht und doch interpretations bedürftig hier ein kurzer lebenslauf von franz kafka gelebt hat er von 1883 bis 1924 er wurde 40 jahre alt geboren wurde er in prag und seine eltern waren juden beamtentum gestorben ist ein österreich zu seinen eltern hat er besonders zu seinem vater ein sehr schwieriges verhältnis das sich auch in seinen werken widerspiegelt er war nie verheiratet obwohl er die ehe als wichtig erachtete und sich mehrmals verlobte er hat jura studiert und hat von seinem brot beruf wie er es nannte gelebt seine schriftstellerei hat er nur nebenbei und überwiegend nachts geschrieben genau diese kombination von schlicht und interpretations bedürftig wie sein leben waren seine werke das zitat von franz kafka wege entstehen dadurch dass man sie geht ist ein plädoyer zum handeln zum ins tun kommen wie häufig sitzen wir da und überlegen ob wir etwas verändern wollen aber im endeffekt ändern wir doch nichts vielleicht aus bequemlichkeit vielleicht aus angst vor dem ungewissen vielleicht auch einfach weil wir uns nicht trauen diese angst vor der veränderung ist sehr stark in unserer gesellschaft ausgeprägt unser gehirn liebt die sicherheit das vertraute und misstraut allem was neu ist und damit noch nicht für unser gehirn einschätzbar ist es könnte uns ja umbringen und dieses möchte ja unser gehirn auf jeden fall vermeiden aber was soll uns passieren schlimmstenfalls haben wir eine entscheidung falsch getroffen aber wie viele haben wir richtig entschieden und wenn wir falsch liegen vielleicht ist es aber genau der umweg den wir brauchen und der uns zu etwas viel besserem und wichtigerem bringt also probier es aus riskiere etwas aber komm ins handeln vor ungefähr zwei jahren habe ich nach über 35 jahren arbeit in ein und dem gleichen konzern gekündigt trotz ständigem wechsel meiner tätigkeiten war ich dort nicht mehr glücklich nicht immer konnte ich meine kreativität und meine werte so ausleben wie ich es wollte in einem großen konzern ist dies auch selbstverständlich aber ich sah überhaupt keine perspektive mehr für mich ich habe mich gefragt möchte ich hier noch die nächsten zehn oder 15 jahre arbeiten wie möchte ich denn in den nächsten jahren leben ist mir der schritt zur veränderung schwer gefallen oh ja zuerst definitiv denn meine glaubenssätze und mein sicherheitsdenken hat mich am anfang blockiert ich musste zuerst diese themen für mich auflösen aber am ende habe ich diese entscheidung nicht einen einzigen tag bereut sondern ich bin heute noch sehr dankbar dass ich diesen weg gegangen bin ich bin auch deshalb so früh über meine entscheidung weil ich mich dadurch sehr persönlich weiterentwickeln konnte jetzt mal die frage an dich welche entscheidung vertagst du gerade was würdest du eigentlich gerne umsetzen welche wege willst du zukünftig gehen und was hindert dich gegebenenfalls in deiner entwicklung aber wie kommst du jetzt in deine entscheidung wie es weitergeht stelle dir folgendes vor punkt 1 stelle dir die schlimmste anzunehmende situation vor die durch deine entscheidung eintreffen könnte ist sie wirklich so schlimm in der regel passiert alles mögliche aber nicht dieses worst case szenarium das du dir jetzt gerade ausgemalt hast zweitens nun stelle dir die beste möglichkeit vor die durch deine entscheidung eintreffen könnte welche gefühle hast du jetzt wie sehr wünschst du dir diese veränderung drittens meistens trifft weder das schlechteste noch die beste möglichkeit der veränderung ein also welche realistische veränderung könnte also entstehen und welche gefühle hast du wenn diese dann eintritt und jetzt frage dich wie ist jetzt deine einstellung zu deiner bisher vertagten entscheidung welche änderung willst du jetzt angehen und nach franz kafskers zitat wege entstehen dadurch dass man sie geht hat dir diese kurze episode gefallen und du konntest etwas daraus mitnehmen dann abonniere gerne diesen podcast stark mit claudia damit du keine weitere folge verpasst und teile diesen podcast sehr sehr gerne mit anderen personen die dies interessant finden könnten ich freue mich sehr wenn du weiterhin zuhörst und mich weiter empfiehlst alles gute deine claudia bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal